Neues Fabio-Fabio-Widmer-Video, 10 aus 10. Österreich stellt um auf Notbetrieb. Ab Montag gelten im ganzen Land Ausgangsbeschränkungen. Die Österreicherinnen und Österreicher werden aufgefordert, sich selbst zu isolieren. Das bedeutet, soziale Kontakte ausschließlich mit jenen Menschen zu pflegen, mit denen sie auch zusammenleben. Außerdem gilt ein striktes Versammlungsverbot. Warte mal, er fährt schon Fahrrad oder sowas, oder? Oder macht er jetzt hier nur seine Wohnung sauber für sieben Minuten? Uff. Okay. Was genau passiert jetzt? Yo, guys. Can you help me real quick? Sure. Koch noch eine Uhr bei mir. Warte, warte, warte. Mark Gebauer, danke für die 10 Euro. Kauf doch eine Uhr bei mir, dann bist du auch mal pünktlich. Danke, Bro. Ich habe mir heute tatsächlich eine Uhr auf markgebauer.com angeguckt. Irgendwie so eine... Was war das? Oh, eine mal piqué, aber so eine alte. Die sieht ziemlich nice aus. What the fuck? Und I can't stop for a moment. Gotta flip back into it. Holy shit. Oh, shake it, baby. Ich würde mich so aufs Maul packen und mir das Gedick brechen. Oh, what the fuck? Er hat Helm auf alles gut. Als würde man sich dann so nicht das Gedick brechen, ich schwöre. Imagine einfach, du bist so reich, dass du ein fucking Haus hast, wo du drin Fahrrad fahren kannst. Junge, Lifegoals. Oha. No way, dude. Holy shit. Ich will. Ich glaub ich spinne. Jungs, ich will nen fucking Full Trickshot Fahrrad Video haben. Kann man machen, Alter. Deutsche Fansplan. Ja, true. Bro. What the fuck. Sein Haus ist ziemlich dope, yo. Holy shit. Ich liebe das, wenn es so modern aussieht mit so viel Glas und so. Digga. Oh shit. Digga. So nen Funlager hab ich bei mir auch, Alter. Junge, einfach deutsche Julian Bam Kettenreaktion, Alter. Was bekommt das mal BDF? Wow feelbar. Be OFFICER! WITF 7. Wow Ist actually kein Fun Die Weiber wieder, ne? What the fuck Junge, der Typ ist geistenskrank, kein Real Talk Oh, hoooly fucking shit Bro, ich wünschte, ich hätte sowas beim Snowboarden, no joke Digga, ich würde easy deine, ich würde Backflip machen, Frontflip, 360 Oh my god, das wäre so cool, holy shit Oh my god Ich glaube, wenn du es halt dreimal oder viermal auf diesem Ding machst Merkst du so, wow, es geht eigentlich, ich kann das Und dann traust du dich auch viel eher auf der richtigen Chance zu machen, bro Timmy Diamond, 10 Euro, 1 Set, top sensation, bro This thing is perfect, chat, yo Danke, buddy Uff 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 Alter Satisfying Holy shit Kommen wir jetzt so Outtakes oder was kommt jetzt? Oh ja Sehr sehr nice dude Sehr sehr nice, no joke Sehr sehr nice dude Outro